7. Am folgenden Nachmittag nahm John ungeduldig im Klassenzimmer Platz. Der Stundenplan sah vor, jeweils nach drei Tagen einen Tag zu pausieren. Und er war jetzt mehr als bereit, wieder an die Arbeit zu gehen. Während er seine Notizen zum Thema Plastiksprengstoff nochmal durchging, kamen allmählich die anderen Schüler rein und ließen sich nieder, wie üblich munterquasselnd und rumalbernd, bis alle Mucksmäuschen still wurden. John blickte auf. Ein Mann stand im Türrahmen. Ein Mann, der etwas unsicher auf den Beinen wirkte oder vielleicht auch betrunken. Was zum Henker! Johns Mundwinkel sanken herab, als er das Gesicht und die roten Haare sah. Blaylock! Es war Blaylock! Nur besser! Der Bursche senkte den Blick und lief unbeholfen durch den Raum nach hinten. Eigentlich schlurfte er mehr, als er ging. Als hätte er seine Arme und Beine noch nicht ganz unter Kontrolle. Beim Hinsetzen musste er erst mal seine Knie unter dem Tisch sortieren, bis sie passten. Dann beugte er sich vornüber, als versuchte er, sich kleiner zu machen. Na, viel Glück dabei! Der Kerl war riesig! Heiliger Strohsack! Er war durch seine Transition gegangen. Sadist kam in den Raum, schloss die Tür und warf einen schnellen Blick auf Blaylock. Nach einem kurzen Nicken begann er direkt mit dem Unterricht. Heute werden wir eine Einführung in chemische Kampfstoffe machen. Dabei geht's um Tränengas. Senfgas. Der Bruder hielt inne. Dann schimpfte er leise, als ihm offenbar bewusst wurde, dass niemand aufpasste, weil alle nur Blay anstarrten. Okay, von mir aus. Blaylock, möchtest du ihnen erzählen, wie es war? Vorher kriegen wir hier sowieso nichts geregelt. Blaylock wurde dunkelrot und schüttelte den Kopf, die Arme um die Brust gelegt. Na gut, alle mal herhören. Die ganze Klasse sah Sadist an. Ihr wollt wissen, wie es ist? Gut, dann werd ich es euch erzählen. John lauschte konzentriert. Sadist blieb ganz allgemein. Er zählte nichts Persönliches. Aber er gab wichtige Informationen preis. Und je mehr der Bruder erzählte, desto mehr kribbelte Johns Körper. Genau, sagte er innerlich zu seinen Knochen und Muskeln. Schreibt gut mit. Und dann machen wir es bald genauso. Er war ja sowas von bereit, endlich ein Mann zu werden. Van stieg aus X-Wagen aus, schloss leise die Beifahrertür und hielt sich im Schatten. Was er da, hundert Meter vor sich beobachtete, erinnerte ihn an seine Kindheit. Ein runtergekommenes, mit Dachpappe gedecktes Haus. Daneben im Garten ein vergammeltes Auto. Der einzige Unterschied war, dass dieser Müllberg hier, mitten in der Prairie lag und er früher näher am Stadtzentrum gewohnt hatte. Aber es war dieselben zwei Schritte von der Armut entfernt. Als er sich aufmerksam umsah, fiel ihm als erstes ein merkwürdiges Geräusch auf, das durch die Nacht schallte. Ein rhythmisches Schlagen. Als hackte jemand Holz. Nein, eher ein Hämmern. Jemand hämmerte gegen etwas. Vermutlich gegen die Hintertür des Hauses. Das ist ihr Zielobjekt für heute Nacht, erklärte Mr. X, als zwei weitere Lässer aus dem Auto stiegen. Die Tagschicht beobachtet den Kasten seit einer Woche. Keine Aktivitäten vor Sonnenuntergang. Eisengitter vor den Fenstern. Die Vorhänge sind immer vorgezogen. Die Vorgabe lautet Gefangennahme. Aber töten Sie die Bewohner lieber, falls Sie befürchten, Sie könnten ihnen entkommen. Mr. X stockte und runzelte die Stirn. Dann wandte er den Kopf ab. Verne tat es ihm gleich, konnte aber nichts Auffälliges erkennen, bis ein schwarzer Cadillac Escalade die Straße runterkam. Mit seinen getönten Scheiben und dem blitzenden Chrom sah der Schlitten aus, als habe er mehr als das gesamte Haus gekostet. Was zum Teufel machte der hier draußen in der Pampa? Zieht die Waffen, zischte Mr. X sofort. Van zückte seine schicke neue Smith & Waffen und genoss das Gefühl des schweren Metalls in seiner Hand. Sein Körper spannte sich für das kommende Gefecht an. Er war mehr als willens, sich seinen Gegner vorzuknöpfen. Nur, dass Mr. X ihm einen unnachgiebigen Blick zuwarf. Sie bleiben im Hintergrund. Ich möchte nicht, dass Sie sich beteiligen. Sie sehen einfach nur zu. Du Mistkerl, dachte Van und fuhr sich mit der Hand durch das dunkle Haar. Du elender Mistkerl. Haben wir uns verstanden? Mr. X Gesicht war eiskalt. Sie schalten sich nicht ein. Zu mehr als einem kaum merklichen Senken seines Kinns konnte Van sich nicht überwinden. Er musste das Gesicht abwenden, um einen Fluch zu unterdrücken. Dann verfolgte er mit den Augen den Cadillac, bis er am Ende der schäbigen kleinen Sackgasse zum Stehen kam. Es handelte sich eindeutig um eine Art Streife. Aber es waren keine Cops. Zumindest keine menschlichen Cops. Der Motor wurde ausgeschaltet und zwei Männer stiegen aus. Einer war von relativ normaler Größe. Zumindest, wenn man von Footballer-Maßstäben ausging. Der andere Typ war ein Riese. Du lieber Himmel, ein Bruder, musste einer sein. Und Mr. X hatte recht gehabt. Dieser Vampir war größer als jeder andere Kerl, den Van je gesehen hatte. Und er war zu seiner Zeit mit so manchem Koloss von einem Fighter in den Ring gestiegen. Dann verschwand der Bruder einfach. Puff! Einfach weg! Bevor Van noch fragen konnte, was das denn jetzt wieder bedeuten sollte, drehte der Partner des Vampirs den Kopf und starrte Mr. X direkt an, obwohl sie alle im Schatten verborgen standen. Oh mein Gott! hauchte Xavier. Er lebt! Der Hauptlässer machte einen Satz nach vorn und marschierte los. Direkt ins Mondlicht. Mitten auf die Straße. Was zur Hölle dachte er sich dabei? Bartsch zitterte am ganzen Körper, während er den hellhaarigen Lässer beobachtete, der aus der Dunkelheit getreten war. Keine Frage. Das war derjenige, der ihn gefoltert hatte. Obwohl Bartsch keine bewussten Erinnerungen an diese Stunden hatte, schien sein Körper genau zu wissen, wer ihm den Schaden zugefügt hatte. Die Erinnerung war in eben das Fleisch eingebettet, das von diesem Scheißkerl geschunden und gequält worden war. Bartsch konnte es kaum erwarten, sich den Hauptlässer zur Brust zu nehmen. Doch dann brach das Chaos um ihn aus. Hinter dem Haus hörte man, wie eine Kettensäge brüllend ansprang und dann zu einem hohen, jammernden Heulen überging. Und in genau demselben Augenblick kam ein zweiter Lässer aus dem Wald und zielte mit einer Waffe auf Bartsch. Als die Halbautomatik losging und Kugeln um seinen Kopf schwirrten, hechtete Bartsch hinter den Escalade, die Hand an seiner Glock. Sobald er etwas Deckung hatte, erwiderte er die ratternden Willkommensgröße. Die Glock zuckte in seiner Hand, während er gleichzeitig seine lebenswichtigen Organe aus der Schusslinie hielt. In einer kurzen Verschnaufpause zwischen zwei Runden schielte er durch die kugelsichere Scheibe. Der Angreifer hockte hinter einem verrosteten Autoskelett und lud nach. Genau wie Bartsch. Und doch hatte sich der erste Vampirjäger, Bartschs Folterknecht, immer noch nicht bewaffnet. Der Kerr stand einfach nur mitten auf der Straße und starrte den Ex-Cop an. Beinahe so, als wäre es seine Lieblingsbeschäftigung, Blei zu fressen. Falls das so war, tat Bartsch ihm den Gefallen verdammt gern. Er beugte sich um den Wagen rum, drückte den Abzug und verpasste dem Burschen einen Schuss in die Brust. Mit einem Grunzen taumelte der Hauptlässer rückwärts, ging aber nicht zu Boden. Er wirkte nur etwas ärgerlich und schüttelte sich, als wäre der Treffer ein lästiges Insekt gewesen. Bartsch hatte keine Ahnung, welchen Reim er sich darauf machen sollte. Aber jetzt war keine Zeit, darüber nachzugrübeln, warum seine Spezialkugeln diesem speziellen Jäger nichts anhaben konnten. Er streckte den Arm in den Wind und feuerte wieder auf den Kerr. In schneller Abfolge rasten die Kugeln aus seinem Lauf. Endlich geriet der Lässer ins Wanken und fiel rückwärts hin, alle Viere von sich gestreckt. Genau als hinter Bartsch ein Knallen zu hören war, so laut, dass er glaubte, eine weitere Pistole wurde abgeschossen. Er wirbelte rum, die Glock in beiden Fäusten, um sie ruhig zu halten. Ach, du Scheiße! Eine Vampirin mit einem Kind auf dem Arm kam in wilder Panik aus dem Haus gerast. Und sie hatte guten Grund, die Beine in die Hand zu nehmen. Ihr unmittelbar auf den Fersen folgte ein Hühne von einem Mann mit einem brutalen Gesichtsausdruck und einer Kettensäge auf der Schulter. Der Wahnsinnige wollte mit der kreisenden Klinge über die beiden Flüchtenden herfallen. Bartsch hob die Waffe ein paar Zentimeter an, zielte auf den Kopf des Mannes und drückte den Abzug. In genau der Sekunde, als Vicious hinter dem Kerl auftauchte und nach der Säge griff. Verflucht! Bartsch wollte seinen Zeigefinger daran hindern, abzudrücken, aber die Waffe bäumte sich auf. Die Kugel flog. Jemand umklammerte Bartschs Kehle. Der zweite Lässer mit der Waffe hatte sich ihm blitzschnell genähert. Bartsch wurde von den Füßen gerissen und knallte wie ein Baseball-Schläger auf die Motorhaube des Escalade. Durch die Wucht des Aufpralls fiel ihm die Glock aus der Hand und hüpfte weg. Metall auf Metall. Scheißegal! Er schob die Hand in die Manteltasche und tastete nach dem Klappmesser. Braves Messerchen! Es sprang geradezu in seine Handfläche. Und er zerrte den Arm aus der Tasche. Mit einer blitzschnellen Bewegung bog er seinen Oberkörper leicht nach links und hieb dem Jäger die Klinge in die Seite. Schmerzgeheul ertönte und der Griff lockerte sich. Bartsch drückte fest gegen die Brust des Lässer. Als der Kerr für den Bruchteil einer Sekunde mitten in der Luft hing, holte Bartsch mit dem Messer weit aus. Es sauste über die Kehle seines Angreifers. Eine Fontäne schwarzen Blutes schoss vor. Bartsch trat den Jäger zu Boden und wandte sich dem Haus zu. Wischers wehrte sich beherzt gegen den Mann mit der Kettensäge, wich der brüllenden Klinge aus, während er gleichzeitig Hieber austeilte. Die Frau mit dem Kind floh weiterhin durch den Garten. Doch jetzt rückte ein weiterer Lässer von rechts nach. Ich habe Rage angerufen, schrie Wischers Geistes gegenwärtig. Ich schnapp mir die Frau, rief Bartsch, als er losrannte. Er gab alles. Seine Füße donnerten auf den Boden. Die Knie flogen an die Brust. Er betete, dass er rechtzeitig ankommen würde. Er betete, er wäre schnell genug. Nur dieses eine Mal. Bitte! Mit einem spektakulären Hechtsprung schnitt er dem Lässer den Weg ab. Als die beiden zu Boden gingen, schrie er im Flug der Frau zu, bloß nicht stehen zu bleiben. Irgendwo gingen Schüsse los. Aber er war zu beschäftigt, um sich darum zu kümmern. Er und der Lässer rollten im schmutzigen Schnee rum. Aufeinander einprügelnd und würgend. Er wusste, er würde verlieren, wenn sie so weitermachten. Also gab er einem seltsamen Instinkt nach und hörte auf, sich zu wehren. Er ließ den Jäger die Oberhand gewinnen. Und dann sah er dem Untoten direkt in die Augen. Diese Einheit, diese grausige Gemeinschaft, dieses eiserne Band zwischen ihnen, stellte sich sofort ein, machte sie beide bewegungslos. Und mit der Verbindung erwachte der Drang in Batsch, zu verzehren. Er öffnete den Mund und begann einzuatmen. Amen. Vertraue und glaube,